Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, die Gegenoffensive hier im Süden läuft, sie rollt, wir werden hier den Gegner vernichten. Ein bisschen anders sieht es hier oben aus, da sind wir in der schwächeren Position und es ist gut möglich, dass Lufan fällt, das wir kürzlich erobert haben. So ein bisschen auch mit Blick auf die Jade, die hier ist, naja, mal sehen. Das Problemchen ist allerdings, dass hier unser Fraktionsanführer dabei ist. Und wenn der stirbt, dann könnte es zu großen Problemen geben. Deswegen habe ich mir überlegt, wir werden hier nochmal die Haltung ändern in Richtung Fliehen, im Falle eines Falles. Rückzug, also das muss sein. Und dann noch was, da die Armee vermutlich sowieso, falls es zu einer Schlacht kommt, eh nicht eingreifen wird, werden wir sie hier mal so ein bisschen anders hin lenken. Und dann können sie zumindest diese Stammes-Sperrkämpfe abfangen. So wäre der Plan. Und dann würde ich noch ein bisschen unsere Ökonomie stärken und ich habe gesehen, dass in Hau ebenfalls noch gar kein Markt gebaut wurde. Und das ist gerade in dieser Stadt ja ebenso wichtig. Eine Stadt, die sowohl vom Land als auch vom Seehandel profitiert. Oder vom Flusshandel, muss man ja sagen. Stärken wir erstmal weiter den Landhandel. Und machen dann weiter. Welcher Stapel ist jetzt ohne Befehle? Der. Ja, der soll sich auch erholen. Das macht keinen Sinn, wenn die jetzt kämpfen. Und es geht los. Es geht los erstmal. Sehr schön. Der Gegner kommt tatsächlich uns hier noch entgegen. Wir werden dann jetzt gleich im Fluss kämpfen, oder? Erstmal kommt es hier zum Aufmarsch. Gegen die gesammelte Feindliche Armee. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie vom Nachteil ist, um zu kämpfen. Also wir sind zahlenmäßig extremst überlegen. Man sieht allerdings jetzt kaum was, wer hier wo agiert. Unsere Cavalier kämpft. Ich weiß nicht, ob sie richtig mitkämpft. Eigentlich hatten wir sie auf Flankieren gestellt. Das hat hier jetzt nicht so gut geklappt. Nun ja. Die ersten Einheiten fliegen. Jetzt kommt hier unsere Cavalier zum Einsatz. Und jetzt gibt es hier diese problematische Schlacht. Dieser blöde Angriff. Wo wir uns an vier Positionen verteidigen müssen. Und sogar das Abfangen hat nicht so richtig geklappt. Aber vielleicht können wir hier doch mal ein bisschen Ärger machen. Doch, tatsächlich. Wir kommen hier noch in den Angriff. Gehen wir kurz nochmal hier unten hin. Scheint sogar so, dass die Cavalier hier von dieser Südarmee sogar noch zum Einsatz kommt. Okay, also hier vernichten wir den Gegner wirklich extrem. Während es hier nicht so einfach werden wird. Aber tatsächlich, wir konnten mit den Streitwagen irgendwie offenbar diese Attacke auf die Stadt noch so ein bisschen abbremsen, ablenken. Hier unten sind die Streitwagen nämlich jetzt hier im Kampf. Und führen auch tatsächlich zur Flucht zumindest einer Einheit. Hier wird auch geflohen. Das ist Erfolg. Sehr schön. Und die Frage ist, wie lange können wir hier Stand halten und was ist mit unserem Anführer? Das ist die große Frage. Okay, da ziehen wir uns zurück. Aber insgesamt sieht es fast so aus, als ob wir die Stadt hier noch einmal halten können. Aber genügt das? Das ist die Frage. Genügt das? Und ob das klappt, ist auch noch nicht so ganz klar, weil hier wird noch gefochten und gekämpft. Okay, da flieht der Gegner. Das ist gut. Hier unten stehen wir zumindest noch bereit. Und auch diese Streitwagen sind tatsächlich noch komplett intakt. Oha, hier ist allerdings eine ganz kleine Truppe. Das ist der Anführer. Das ist die Anführergruppe, die hier noch verteidigt hat. Oh Mann, was für eine tapfere Verteidigung von Lufan. Aber wird es genügend? Hier gibt es noch einen Angriff. Oh mein Gott. Zwei Streitwagen gegen... Was machen die denn da jetzt? Ziehen die da jetzt ein? Ich kapiere das jetzt gerade nicht, was hier passiert. Okay. Also der Worst Case wäre jetzt... Lufan fällt, alle Einheiten sind tot und der Anführer auch. Dann ist das Reich in einer maximalen Krise. Aber ich glaube, das ist nicht passiert. Ich glaube, das ist nicht passiert. So. Okay, das war jetzt aber ein schwerer Schlag für den Gegner. Das war wirklich ein... Nein! Nein, der Anführer ist gefallen. Tatsächlich! Ein heldenhafter Tod. Und das Problem ist doch jetzt, dass wir jetzt in einer deutlich stärkeren Krise sein müssen. Ne, hier wollte ich nicht gucken. Sondern hier, als beim letzten Mal. Erbfolgekrise. Minus 6. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist genau das, was ich jetzt vermeiden wollte. Und jetzt muss ich einfach mal ganz kurz durch die Städte schauen, ob das jetzt hier, was das für Auswirkungen hat. Es hält sich in Grenzen, dadurch, dass wir Gott sei Dank nicht so viele zusätzliche Städte haben. Wir sind hier bei 60% teilweise. Das ist gerade so an der Grenze, weil uns da die Autorität fehlt. Und die Adligen sind aber Gott sei Dank noch einigermaßen solide mit dabei. Oh Mann. Gut, wir haben einen neuen Anführer. Der hat eine Autorität von Minus 5, weil er eben so kurzfristig jetzt hier ernannt wurde. Da der frühere Anführer gestorben ist, ohne einen eindeutigen Nachfolger zu hinterlassen, hat einer ihrer Generäle die Kontrolle übernommen und ist zu ihrem neuen Anführer geworden. Ohne dynastischen Anspruch wird seine Autorität für einige Zeit reduziert sein, bis er sich bewiesen hat. Es kann zu Unruhe oder Revolten von anderen neidischen Adligen kommen. Aber dazu scheint es im Moment nicht zu kommen. Dazu ist das Gott sei Dank zu stabil. So, wir haben jetzt 15 Siedlungen bei 11 Autorität und das wird jede Runde ein bisschen besser. Gut, hier ist eine Krankheit ausgebrochen. Hier wurden noch Bauernhöfe gebaut. Hier haben wir einmal einen Schlachtbericht 66 zu 64. Oh, das ist gar nicht so gut gelaufen. Und hier hinten haben wir uns gut verteidigt. Aber ich fürchte, wir werden da nicht nochmal standhalten können. Die werden es wieder versuchen. Und wir sind hier sowas von geschwächt. Schade, dass man die Stadt jetzt nicht im Nachhinein noch zerstören kann. Wir können höchstens noch gucken, ob wir errichtete Gebäude kaputt machen können. Nee, die Stadt besteht nur noch aus diesem einen Basisdorf. Ich denke, es ist das Klügste, wenn wir uns dort zurückziehen und warten, bis hier unsere großen Armeen eingetroffen sind. Gut, wir werden glaube ich jetzt hier die Truppe, die steht auch gar nicht so richtig, so muss die Kavallerie stehen. Wir werden die Truppe hier einfach mal weiter verfolgen. Das genügt jetzt... Nee, wir brechen mal diese Bewegung... Wo bin ich denn jetzt hier, Leute? Wird für durcheinander. Warum zeigt er mir... Ach, das ist der Weg. Nee, mit euch werden wir jetzt gern Norden marschieren. Dann werden wir jetzt keine Zeit verlieren. Während wir hier noch nachsitzen. Da kann ich nicht hin. Warum kann ich da nicht hin? Weil das ein Flussfeld ist. Aber die stehen da. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich muss jetzt unbedingt erreichen, dass wir hier mit denen in den Kampf kommen. Aber ich weiß nicht, wie ich das erreiche. Am besten vielleicht, indem ich da lang ziehe. Naja, wir müssen die Verfolgung aufnehmen. Das ist soweit klar. Mit denen reiten wir in den Norden. Und hier ziehen wir uns zurück, würde ich sagen. Hier ziehen wir uns zurück. Kriegen wir das hin? Bevor die uns erreichen, das ist die große Frage. Die haben eigentlich hier nichts mehr zu bieten. Boah, die adeligen Streitwagen sind völlig erschöpft. Der Trupp ist aber auch nicht wirklich stark. Ja, wir müssen aber in diese Richtung abziehen. Das hilft nichts. Wir müssen versuchen, so schnell wie möglich da hinzukommen. Wir gehen mal hier einen kleinen Umweg, um dann dort auch hinzukommen. Während wir die Einheit völlig passiv jetzt mal lassen. Ja, und hier höchstens das einstellen. Okay, während die hier ein bisschen offensiver vorgehen. Das ist gut. So, hier unsere Erkundung. Die setzt sich noch nicht so richtig fort. Und hier müssen wir sehen. Hm. Na gut. Okay, wir können ja hier noch die besten Einheiten auch noch mitziehen. Das ist völlig in Ordnung. So, dann haben wir wieder Geld. Wir können was tun. Und ich denke, wir sollten ein paar Sachen nochmal aufwerten. Und zwar... Ja, wo ist es am dringendsten? Da wird gebaut... Ich glaube, ich... Ja, hier sollten wir mal eine Aufwertung machen. Oh ja, die Unruhe ist unter anderem auch wegen der Überbevölkerung. Naja, plus sechs ist doch relativ hoch. Wir machen das mal. Also, das dauert eine Runde und dann haben wir die Aufwertung. Okay, und jetzt haben wir noch 600 über. Und jetzt müssten wir eigentlich in den Städten... Da gehe ich jetzt nochmal bis zum Anfang durch. Ähm, in den Städten, wo wir eine sehr, sehr hohe Unruhe haben. Da müssen wir vielleicht nochmal was ausheben. 56 geht noch so gerade so. 60. Hier müssen wir was tun. Wir müssen... Ich würde mal sagen, wir rekrutieren hier mal adelige Kavallerie. Einfach nur so als Garnison. Damit die für Ordnung sorgen. Hier ebenfalls. Kostet zwar ein bisschen, aber ich will nichts riskieren. 28, 48. Das ist alles gut. Hier. Oh, hier sind schon zwei Einheiten in der Stadt. Garnison, das reicht noch nicht. Oh Mann. Hm. Na gut, okay. Hier haben wir ja auch den Ausbau eben gemacht. Das wird das auch produzieren. Gut, damit sind wir einmal durch. Okay. Gab es hier noch irgendwelche besonderen Sachen? Die haben wir uns schon angeschaut. Nee. Dann wollen wir hoffen, dass diese Erbfolgekrise so langsam wieder zurückgeht. Und hier begeben wir uns mal weiter auf die Suche nach der dritten, letzten, verlorenen Stadt. Wobei wir die ja jetzt auch verlieren werden. So. Gut. Also los. Gleich zwei Schlachten. Genau. Wie erhofft. Kommen sie auf unsere Flussseite. Hervorragend. Und was passiert hier noch? Achso. Da versuchen wir die zu erledigen. Die kommen uns da sogar entgegen. Ja. Sehr schön. Und die marschieren jetzt in die Stadt ein. So wie geplant. Ich denke, war trotzdem eine richtige Entscheidung das Ganze. So. Das ist jetzt eine reine Formsache. Auch wenn jetzt einzelne Einheiten von unseren Truppen noch fliehen. Oh Gott. Zwei Einheiten sogar. Aber jetzt. Erst jetzt kommt die Kavallerie ins Spiel. Oh. Oh. Na ja. Wir werden die noch ein bisschen verfolgen und komplett vernichten. So eine Armee bei uns im Rückraum wollen wir natürlich nicht erlauben. Das ist klar. So. Der Rückzug scheint hier funktioniert zu haben. Und die Stadt haben wir verloren. Aber immerhin nicht die Armee. Wenn auch den Anführer. So. Okay. Wir haben Machtfortschritt. Militärtheorie. Wir können wieder einen Strategen ernennen. Während sich einige Gelehrte den Gesetzen der Natur oder dem Verstand des Menschen widmen, untersuchen andere erfolgreiche Praktiken von Militärkommandanten und schreiben Bücher über die Kunst des Kriegs. Jeder gute Kommandant sollte sich mit diesen Büchern vertraut machen. Das ist richtig. Wie machen wir weiter? Im Machtbereich. Bessere Mauern. Mehr können wir im Moment gar nicht machen. Oder bessere Belagerungs. Wir werden mal den kauernden Tiger hier entwickeln. Neun Runden. Das ist ja wirklich überschaubar. Wir gucken uns gleich mal den Entlass an. Ein Strategen ernennen. Unruhe unter Adligen. Fünf. Und 150 monatlich. Ja. Müssen wir mal gucken. Ob wir das wollen und brauchen. Was haben wir hier? Krankheit. Die Effizienz der Armee ist um 20% verringert durch die Krankheit. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, wir müssen hier eine weitere Ruhepause einlegen. Lufan haben wir verloren. Wir haben einen neuen Charakter hier. Okay. Das ist ein neuer General. Ja. Weil der andere General, der ist ja zum Anführer geworden. Dementsprechend bekommen wir einen neuen. Was haben wir hier? Da der frühere Anführer gestorben ist, ohne einen eindeutigen Nachfolger zu lassen. Ja. Wieso ist das jetzt nochmal ein neuer Mann? Uyong Jiang. Das wundert mich jetzt. Gibt es jetzt mehrere Fraktionsanführer? Wer ist denn jetzt Fraktionsanführer? Oder geht das jetzt immer hin und her? Ach. Schaut mal. Der, der hier war. Der ist jetzt plötzlich hier hin? Oder wie ist das zu verstehen? Auf jeden Fall haben wir da oben jetzt kein General mehr in der Armee. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Hm. Das ist richtig doof. Nee. Dann müssen wir einen zumindest in den Norden führen. Hilft nichts. Auch wenn das wieder ewig dauert. Ohne General ist das Ganze schwierig. So. Was haben wir noch erlebt? Die Siedlungsaufwertung. Sehr schön. Und ein Bauernhof. Und eben die Schlachtberichte. Hier oben 715. Und hier unten 3965. Ja. Geht. Aber auch noch nicht so super. So. Und hier ist jetzt nur noch eine Armee verblieben. Aber die werden wir, wie gesagt, auch noch erledigen. Die Frage ist, mit welchen Truppen? Ich würde mal sagen, wir lassen die hier komplett jetzt mal stehen zum Erholen. und nehmen jetzt nur den zweiten Teil der Armee für diese Angelegenheit. Und ziehen mit denen dort hinterher. Die sollen sich ein bisschen ausruhen und erholen. Die warten noch darauf, dass die Ställe gebaut werden. Ja. Und mit denen, mit denen rücken wir trotzdem weiter vor. Solange hier die Stadt nicht verteidigt ist, sollten wir die Gelegenheit nutzen. Und da ich nicht weiß... Tja. Was machen wir denn mit den Truppen? Hm. Auf jeden Fall müssen wir sie noch ein bisschen wegführen. Die sind teilweise völlig erschöpft. Teilweise auch richtig angeschlagen. Fernab der Heimat. Ist ein bisschen schwierig. Oder wir ziehen uns hier nordwärts zurück. Ich weiß es nicht genau. Ich würde mal sagen, nein. Wir gehen erstmal noch ein bisschen nach Süden und beobachten, was der Gegner da tut. Bleibt er in der Stadt? Geht er möglicherweise zurück? Das würden jetzt die interessanten Fragen werden, denke ich mal. So. Damit haben wir jetzt alles erstmal uns angeschaut. Und wir haben wieder 2000. Und ich möchte gerne nochmal irgendwo ausbauen. Beziehungsweise fangen wir jetzt mal was anderes an. Wir werden mal hier in unserer Riesenstadt. Wobei die auch hier Einwohnerverluste hat hinnehmen müssen. Aber wir werden jetzt mal in dieser Riesenstadt anfangen, ein bisschen auszubauen. Und hier als erstes mal einen Palast errichten. So. Genau. Und da oben, da warten wir noch. Hier wird ja gerade noch ausgebaut. Okay. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. AO warten wir noch auf den neuen Markt. Nö. Dann können wir den Rest des Geldes aufsparen. Ja. Und wir müssen mal gucken, wann wir den privaten Grundbesitz einführen. Das ist dann auch nochmal richtig gut. Kostet zwar 300, aber... Oder können wir das jetzt möglicherweise schon einführen? Unruhe unter Adligen plus 10% für 10 Runden. Ist vielleicht im Moment nicht der richtige Moment. Gerade durch diese Erbfolgekrise. Ja, hier haben wir schon 50% in Linser bei den Adligen. Oh Gott. 71% in Jodong. Oh Gott. Das ist ja dramatisch. Das ist ja super dramatisch. Hier weiß ich auch gar nicht, was ich hier machen kann. Hier kann ich nur überlegen, ob ich hier irgendwie sowas errichte. Das dauert allerdings auch ewig lange. Erhöhte Zifrinheit unter Adligen. Und das unter Bauern. Wisst ihr was? Wir werden hier einfach mal ein Bergpavillon noch errichten. Das ist ja ganz schön hardcore. Hm. 60% die Adligen. Das sieht überall bitter aus. Richtig bitter. Das könnte echt ein Problem werden. Gefahr von Bürgerkriegen ist hoch. Oh Mann, 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 Mann. Wir gehen trotzdem noch mal in die nächste Runde. Stapel ohne Befehle. Ein paar sind dabei. Und die nächste Schlacht hier beim Übertritt. Sehr gut. Jetzt plasht die Kavallerie ordentlich rein. Doppelt und dreifach. Der Gegner hat verloren, überlebt aber. Und was machen die hier tatsächlich? Die ziehen uns nach. Wer hätte das gedacht? Die beiden Streitwagen. Aber das ist doch... Die so alleine... Das ist doch relativ gefährlich für die, oder? So, jetzt ist die Frage... Es gibt keine Rebellion. Das ist schon mal erfreulich. Und wie sieht die Gesamtlage aus? Minus 5. Die Abfolgekriege schwächt sich etwas ab. Aber in den Städten wird es vermutlich nicht großartig anders aussehen. 56, 62, 60. Ja, es ist jetzt gerade so an der Grenze. Ich denke, die schlimmste Situation, den schlimmsten Moment haben wir überstanden. Einigermaßen glimpflich. Gut. Dann können wir mit ganz einigermaßen ruhigem Gewissen an dieser Stelle Schluss machen. Ich sehe aber eine weitere große Armee des Gegners hier aufmarschieren. Wieder mit den relativ schwachen Einheiten. Aber sie können halt extrem nerven, weil sie die Bereitschaft total reduzieren. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen umdisponieren. Ich glaube, ich werde auch hier defensiv stehen bleiben. Und die Armee haben wir vernichtet. Sehr gut. Das heißt, wir können hier überlegen, wen nehmen wir wie mit. Aber ich denke, die sind hier alle so gut drauf, dass sie sich komplett mit in den Norden mitnehmen. Die lassen wir nochmal erholen. Aber die werden wir schon jetzt umschwenken lassen. Was allerdings seine Zeit dauern wird. Nun gut, an dieser Stelle, wie immer, eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwald.